Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zum Livestream-Vortragsabend der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Auf den Tag genau heute vor 84 Jahren wurde das Konzentrationslager Kolumbia am Tempelhofer Feld hier in Berlin geschlossen. Konzentrationslager Kolumbia am Tempelhofer Feld? Nach 1945 gehörte es zu den vergessenen Orten der Geschichte des nationalsozialistischen Terrors in Berlin. Und das ist leider auch heute noch weitgehend so. Um diesen vergessenen Ort ein wenig mehr in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, informiert Caroline Georg sie in ihrem Vortrag heute Abend nicht nur über die Geschichte dieses Konzentrationslagers, sondern auch über die neue Webseite, die über die Häftlinge dieses Lagers informiert. Diese Webseite ist heute ans Netz gegangen. Das Konzentrationslager Kolumbia war ein Ort der Gewalt und des Terrors. Viele Menschen waren dort inhaftiert, weil sie sich der nationalsozialistischen Diktatur entgegengesetzt hatten. Als ich in den frühen 1980er Jahren Recherchen zur Frühgeschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager unternahm, erinnerte dort absolut nichts an das ehemalige Konzentrationslager Kolumbia. Ungefähr dort, wo jetzt der Hangar 1 des Flughafens Tempelhof steht, hatte die ehemalige Militärarrestanstalt, aus der später ein Konzentrationslager wurde, gestanden. Jetzt in den 80er Jahren war es Teil eines Sperrbezirks am Flughafen, für den die amerikanische Armee verantwortlich war. Ein vergessener Ort. Einige Jahre später, 1992, haben dann Kurt Schilder und ich die erste Monografie zur Geschichte des Ortes zum Kolumbia-Haus vorgelegt. Ein Anfang war gemacht. Ab 1994 gab es auch ein Denkmal. Aber es mutet fast paradigmatisch für die Geschichte des Umgangs mit diesem Ort an, dass es auf der falschen Straßenseite stand und übrigens auch heute noch steht. Doch lange Zeit musste noch vergehen, ehe im Rahmen der historischen Gesamtmarkierung des Tempelhofer Feldes zwei Informationstafeln am ungefähren Standort des ehemaligen Lagers eine Basisinformation ermöglichten. So entschlossen sich dann Caroline Georg, Kurt Schilde und ich, im Rahmen des Erinnerungsjahres Zerstörte Vielfalt 2013, eine Ausstellung über Häftlinge im Konzentrationslager Kolumbia voranzutreiben. Diese wurde dann in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und an verschiedenen anderen Orten gezeigt. Diese Ausstellung war dann der Ausgangspunkt auch für die Website, die wir Ihnen heute vorstellen können. Wir danken sehr dem Berliner Projektfonds zur Förderung zeitgeschichtlicher und erinnerungskultureller Projekte für die Finanzierung dieses Projekts und hoffen, dass diese Webseite nicht nur auf historisches Interesse stößt, sondern auch zum Nachdenken über die weitere Gestaltung und die weitere Wahrnehmung dieses historischen Ortes, dieses vergessenen historischen Ortes anregt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Caroline Georg, die Referentin des heutigen Abends, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Stille Helden in der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand und leitet die Bildungsarbeit im Museum Blindenwerkstatt Otto Weid. Sie hat sich daneben in den vergangenen Jahren auch intensiv mit der Geschichte des Konzentrationslagers Kolumbia befasst. Ihre Dissertation über die jüdischen Häftlinge im Konzentrationslager Kolumbia wird im nächsten Frühjahr im Berliner Metropolverlag erscheinen. Ich freue mich sehr, dass Frau Georg sich bereit erklärt hat, heute diesen Vortrag über das Konzentrationslager Kolumbia zu halten. Bitte schön, Frau Georg. Liebe Herr Tuchel, haben Sie vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu können und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Wie von Herrn Tuchel bereits erwähnt, ist der Anlass meines heutigen Vortrags der Launch der neuen Website der Gedenkstätte Deutscher Widerstand www.kolumbiahaus.de sowie die Schließung des Kolumbia-Hauses heute vor 84 Jahren. Ich werde später in meinem Vortrag noch genauer auf die Schließung eingehen. Nach einer kurzen Einführung zum Titel werde ich zunächst die Website in ihrer Struktur vorstellen. Anschließend werde ich mich im Hauptteil meines Vortrages auf die Geschichte des Kolumbia-Hauses konzentrieren. Vom Bau des Gebäudes Ende des 19. Jahrhunderts über seine Errichtung als Gestapo-Gefängnis bis hin zur Umwandlung in ein Konzentrationslager. Ich werde dabei auch immer wieder auf Inhalte eingehen, die auf der Website präsentiert werden. Neben der Organisationsgeschichte des Kolumbia-Hauses betrachte ich auch seine Bedeutung als Gefängnis der Gestapo. Außerdem präsentiere ich einzelne Häftlingsbiografien und werde wichtige Ereignisse in der Geschichte des Kolumbia-Hauses näher beleuchten. Warum schweigt die Welt? Diese anklagende Frage stellte der Publizist und Pazifist Berthold Jakob nach seiner Haftentlassung aus dem KZ Kolumbia im Jahr 1935. Er veröffentlichte seine Erinnerungen an Schikanen, Misshandlungen und Terror durch die SS-Wachmannschaften im Kolumbia-Hauses ein Jahr später in Paris. Bereits seit 1925 beschäftigte er sich mit der Wiederaufrüstung der Reichswehr und war 1928 wegen versuchtem Landesverrats zu neun Monaten Festungshaft verurteilt worden. Im März 1931 heiratete Berthold Jakob Else Loy und emigrierte mit ihr gemeinsam im Juli 1932 nach Straßburg, da er sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlte. Auch hier war er als freier Journalist tätig. Sein Einkommen war so gering, dass das Ehepaar kaum davon leben konnte. Jakob gehörte zu den Ersten, die von den Nationalsozialisten ausgebürgert wurden. Sein Name findet sich auf der Ausbürgerungsliste vom 25. August 1933. Im Exil war Jakob Herausgeber der Korrespondenz unabhängiger Zeitungsdienst, in der er besonders Informationen über die Aufrüstung Deutschlands sammelte und verbreitete. Aus diesem Grund geriet Jakob früh ins Visier der Gestapo. Über den Gestapo-Spitzel Hans Wesemann wurde Jakob im Frühjahr 1935 in die Schweiz zu einem Treffen gelockt. In einem Café wurde er betäubt, in ein Auto gebracht und über die Grenze nach Deutschland entführt. Nach Berlin verbracht wurde er hier im Geheimstaatspolizeiamt und im KZ Kolumbia inhaftiert. Nach vehementen Protesten der Schweiz gegen diesen Vorgang war das Deutsche Reich gezwungen, Berthold Jakob freizulassen. Er kehrte nach Frankreich zurück und verfasste seinen Bericht. Am Ende dieses Berichtes schreibt er, ich zitiere, Die deutsche Regierung muss im Gegensatz zu anderen Rechenschaft ablegen über das, was sie tut. Wird sie eingestehen, dass in den von ihr eingerichteten Konzentrationslagern nach einem tatsächlich bestehenden Gesetz Menschen misshandelt werden und dass für die Ausführung dieses Gesetzes hohe Funktionäre und Führer der Hitler-Truppen verantwortlich sind? Müsste nicht das Weltgewissen darauf dringen, auf die Frage, die ich hier stelle, Antwort zu erhalten? Warum schweigt die Welt? Zitat Ende. 1941 entführte die Gestapo Jakob erneut, diesmal aus Portugal und ohne diplomatische Konsequenzen. Nach erneuter Haft im Hausgefängnis des Geheimstaatspolizeiamtes starb er 1944 an deren Folgen im jüdischen Krankenhaus Berlin. Seit den 1980er Jahren wird die Geschichte des Kolumbia Hauses systematisch erforscht. Auch mit der von Herrn Tuchel erwähnten Wanderausstellung hat die Gedenkstätte Deutscher Widerstand einen weiteren Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte dieses Ortes geleistet. Daher freue ich mich heute sehr, Ihnen die neue Website kolumbiahaus.de vorstellen zu können. Die Website präsentiert die Geschichte des Kolumbia Hauses und der dort inhaftierten Häftlinge anhand dreier Zugänge. Themen, Biografien und Häftlingsberichte. Die Themen geben zunächst eine Einführung in die Geschichte des Kolumbia Hauses. Hier finden Sie zum Beispiel Informationen zur Errichtung des Gestapo-Gefängnisses, zu den dortigen Haftbedingungen, aber auch zu einzelnen Morden an Häftlingen. Zu allen Themen gibt es außerdem ausgewählte Dokumente und Fotografien. In der Kategorie Biografien finden Sie zahlreiche kurze Porträts ehemaliger Häftlinge. Hier sehen Sie unter anderem Hans Böckler, Hermann Dunker, Karl Ebert oder Hans Berger, über den ich später noch genaueres sagen werde. Falls möglich, haben wir ein Foto des Häftlings eingestellt. Ergänzt werden die Biografien durch weitere Dokumente, Fotografien und Zitate zur Haft. Die dritte Kategorie auf der Homepage sind Häftlingsberichte. Hier können Sie in den Erinnerungen einiger Männer lesen, wieso und unter welchen Bedingungen sie im Kolumbia-Haus inhaftiert gewesen sind. Sie erhalten außerdem Informationen zu unserer Wanderausstellung. Die Auswahl der Biografien und auch der Häftlingsberichte wird ständig erweitert. Doch nun zur Geschichte des Kolumbia-Hauses. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde am nördlichen Rand des Tempelhofer Feldes ein militärischer Gebäudekomplex errichtet. Es entstanden mehrere Kasernen und eine Militärarrestanstalt, hier rechts auf der Postkarte zu sehen. Sie bestand aus einem Zellenbau mit 156 Zellen, einem Gerichts-, einem Beamtenwohngebäude und weiteren Nebenbauten. Als Militärgefängnis diente das Gebäude bis 1918. Danach war es wahrscheinlich bis zum Ende der 1920er Jahre das Strafgefängnis Tempelhofer Feld. 1933 hatte sich die nationalsozialistische Innenpolitik im Wesentlichen darauf konzentriert, die eigene Macht durch die Ausscheidung der Gegner zu stabilisieren. So lag die Hauptaufgabe der Gestapo in den ersten Monaten der sogenannten Nationalen Revolution in der Zerschlagung der kommunistischen Bewegung. Die Verfolgung richtete sich aber von Anfang an auch gegen andere linke politische Strömungen. Es kam zur Errichtung zahlreicher Folterstätten und früher Konzentrationslager im gesamten Reich, meist durch die SA- oder Parteiformation der NSDAP. Auch in Berlin gab es zahlreiche solcher Orte. Vermutlich im Frühjahr 1933 begann dann die SS, politische Gegner in das leerstehende Gebäude des ehemaligen Militärgefängnisses zu verschleppen. Bis spätestens Herbst 1933 entwickelte sich eine enge Anbindung an das geheime Staatspolizeiamt, abgekürzt Gestapa. Das Gestapa war die preußische Zentrale der Geheimstaatspolizei und befand sich seit Mai 1933 in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Das ist heute die Niederkirchner-Straße und Sitz der Topografie des Terrors. Das Kolumbia-Haus wurde zweites Hausgefängnis des Gestapa, da das eigene Kellergefängnis schnell überfüllt war. Die Zahl der Häftlinge im Kolumbia-Haus wuchs von 80 im Juli auf 400 im September 1933 an und stieg dann im Februar 1934 auf 450 Gefangene. Damit waren die 156 Einzelzellen des Kolumbia-Hauses überfüllt und die Lebensbedingungen der Inhaftierten unerträglich. Insgesamt waren in der Zeit zwischen 1933 und 1936 8.000 Männer im Kolumbia-Haus inhaftiert. Durch die systematische Auswertung neu erschlossener Quellen konnte ich diese Zahlen nach Jahren nun differenzieren. 1933 wurden etwa 2.000 Personen eingeliefert, 1934 2.500, 1935 schließlich 2.000 und im Jahr 1936 noch einmal 1.500 Männer. In den ersten Monaten wurde das Kolumbia-Haus von Angehörigen der Gruppe Wecke sowie von Männern des SS-Kommandos Henze bewacht. Erster Leiter des Kolumbia-Hauses war der SS-Truppführer Ottmar Teufel. In Berlin wurde im Sommer 1934 die Ausschaltung der SA-Führung als Römenaffäre oder auch Römenputsch bekannt, vom Geheimstaatspolizeiamt auskoordiniert. Daher war das Kolumbia-Haus ein zentraler Inhaftierungsort für festgenommene SA-Männer. Nachdem es dort zur Misshandlung von Gefangenen gekommen war, wurde Anfang Juli die zuständige SS-Standarte durch Einheiten der Leibstandarte Adolf Hitler ersetzt. Teufel selbst war in der Nacht zum 1. Juli 1934 im Zuge der Römenaffäre erschossen worden. Ob er zu dieser Zeit immer noch Kommandant des Kolumbia-Hauses war, wissen wir nicht genau. Im August 1934 wurde SS-Sturmbahnführer Walter Gerlach zum Kommandanten ernannt. Sein Adjutant wurde SS-Obersturmführer Arthur Liebehentschel. Über das medizinische Personal im Kolumbia-Haus 1933 und 1934 ist bislang nur sehr wenig bekannt. Aus den Erinnerungen von Häftlingen wissen wir, dass der leitende Standortarzt ein Dr. Strauß war. Kurt Hitler berichtete über ihn, dass er, ich zitiere, den werdenden Bauch unter dem SS-Koppel tarnend fast nie mit dem Gefangenen über dessen Gesundheit im Gespräch war, über dessen Klagen und Wünsche dafür dauernd mit ihm in politischer Polemik. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um Dr. Kurt Strauß, der seit 1934 offiziell Arzt der Geheimstaatspolizei in Berlin war. Ein Jahr zuvor war er Oberarzt im Krankenhaus Moabit geworden. In dieser Funktion hatte er die noch verbliebenen jüdischen Chirurgen der Klinik verwiesen. Das Kolumbia-Haus nahm eine besondere Rolle unter den frühen Konzentrationslagern ein, da es von Anfang an unter Aufsicht der SS stand. Es wurde zum Ausbildungszentrum für viele spätere Kommandanten von Konzentrations- und Vernichtungslagern. Ebenso wie das KZ Dachau war es damit eine sogenannte Schule der Gewalt. Wie auch in anderen Lagern kam es im Kolumbia-Haus zu Gewaltexzessen der Weichmannschaften. Häftlinge wurden ermordet oder in den Suizid getrieben. Einige dieser Fälle sind bereits dokumentiert, aber vieles deutet darauf hin, dass es weitere gab, die bis heute unbekannt geblieben sind. Am 21. August 1933 starb der jüdische Politiker Rudolf Siegesmund-Mosse während der Überstellung vom Kolumbia-Haus in das KZ Oranienburg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Er geriet am Berliner Potsdamer Platz unter einen fahrenden Lkw. Bis heute ist nicht geklärt, ob es sich um Mord, einen Unfall oder einen Suizid handelte. Seine Leiche wies Zeichen schwerster Misshandlung auf. Am 17. September 1933 verstarb der Polizeigewerkschafter Emil Winkler an den Folgen von brutaler Folter. Im November 1933 erlagen innerhalb einer Woche drei kommunistische Häftlinge den Folgen der Misshandlung. Michael Katzmirczak, Erich Thornseifer und Karl Wesper. Über die Morde an Katzmirczak und Thornseifer wurde in der Exilpresse berichtet. Im Zusammenhang mit den Todesfällen im Kolumbia-Haus sei an dieser Stelle noch an die Morde an den kommunistischen Funktionären John Scheer, Erich Steinfurt, Eugen Schönhaar und Rudolf Schwarz erinnert, die auf einem Transport, der offiziell zwischen dem Geheimstaatspolizeiamt und dem Kolumbia-Haus stattfinden sollte, bei einem angeblichen Fluchtversuch wahrscheinlich am 1. Februar 1934 am Kilometerberg in Berlin-Wannsee erschossen wurden. John Scheer, hier 1930 mit seiner Ehefrau zu sehen, war seit der Festnahme von Ernst Thälmann, dessen Nachfolger als Vorsitzender der in der Illegalität arbeitenden KPD. Neben diesen bekannten Fällen ist davon auszugehen, dass es weitere Morde im Kolumbia-Haus gegeben hat. So gab ein ehemaliger Häftling an, dass er im Frühjahr 1933 gesehen habe, wie zwei Gefangene im Keller erschossen wurden. Ein anderer deutete in einem Bericht an, dass einige Häftlinge an Nierenzerreißungen als Resultat der Peitschenhiebe auf den Rücken verstorben seien. Ein Häftling, der als Klempner damit beauftragt war, die Bauarbeiten an den sanitären Anlagen zu überwachen, berichtete über die Zustände im Kolumbia-Haus im Juni 1933, Zitat, Ich hatte mit den Arbeiten begonnen und lernte so die Kellerräume und das ganze Gebäude kennen. Was ich hierbei zu sehen bekam, war noch schlimmer als das, was ich bisher erlebt habe. Menschen, die kaum noch menschenähnlich sahen, zerschlagen und zerschunden, an Händen und Füßen gefesselt, an einem Fuß ein 25-Kilo-Gewicht, wie man es Pferden anmacht, die ausschlagen tun. Später habe ich feststellen können und aus den Reden der SS-Männer entnommen, dass verschiedene dieser Häftlinge erschlagen und erschossen worden sind. In verschiedenen Nächten habe ich auch Schüsse fallen hören. Zitat Ende. Auch auf Suizide von Häftlingen 1933, 1934 liegen meist nur vage Hinweise vor und die Identität der Toten ist nicht mehr zu ermitteln. Ein Häftling erinnerte sich, Zitat, Ob von den zahlreichen Selbstmordversuchen einige gelangen, ist mir nicht bekannt. Aufsehen erregte der freiwillige Sturz zweier Kameraden vom obersten Stockwerk des Treppenhauses hinunter. Zitat Ende. Wie auch im Geheimstaatspolizeiamt, so wurden Häftlinge auch im Kolumbia-Haus gefoltert. Der ehemalige Häftling Johannes Lukowski berichtete, dass es im Kolumbia-Haus ein Vernehmungszimmer gegeben habe, in dem er von einem Gestapo-Beamten verhört worden sei. Als Lukowski auf den Vorwurf, er habe die kommunistische Zeitung die rote Fahne verteilt, keine Antwort gab, sei er in den Keller gebracht worden. Dort wurde er auf einen langen Tisch geschnallt und ausgepeitscht. Anschließend habe man ihn wieder in das Vernehmungszimmer gebracht. Etwa eine Woche später habe sich diese Prozedur wiederholt. Dass Folter auf Anordnung der Geheimstaatspolizei im Kolumbia-Haus nicht nur eine Erscheinung der ersten Monate seines Bestehens war, zeigt ein Vorgang aus dem Sommer und Herbst 1934. In einem Hochverratsprozess hatten kommunistische Angeklagte angegeben, ihre Aussagen bei der Geheimstaatspolizei seien unter Folter erpresst worden. Die Richter erklärten daraufhin im Urteil gegen die Gruppe, dass sie die Geständnisse nicht zur Grundlage der Urteilsfindung machen konnten. Zudem sah sich der Gerichtspräsident zu einer schriftlichen Anfrage an die Vorsitzenden Strafsenate des Kammergerichts veranlasst. Er fragte nach, ob die Richter in den dort verhandelten Verfahren ähnliche Vorfälle zu melden hätten. In ihren Antworten gaben alle Richter an, den Eindruck gewonnen zu haben, dass Aussagen der Angeklagten teilweise durch Gewaltanwendung oder Androhung erpresst worden waren. Das Kolumbia-Haus wurde in den Antworten explizit als Ort der Folter genannt. Diese Angaben verweisen deutlich auf die besondere Rolle des Kolumbia-Hauses. So sollten Häftlinge nicht nur verwahrt, erniedrigt, gequält und bestraft werden. Ihre Inhaftierung stand in direkter Verbindung zu den Interessen und Ermittlungen des Geheimstaatspolizeiamtes. Es ging nicht nur um die Verfolgung einzelner Gegner, sondern um die Zerschlagung von politischen Strukturen. Das Kolumbia-Haus wurde so zum Inbegriff des frühen Terrors in Berlin. Im Frühjahr 1934 hatten Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich erfolgreich die preußische Gestapo übernommen. Himmler wurde Inspekteur der Geheimstaatspolizei und Heidrich wurde die Leitung des Geheimstaatspolizeiamtes übertragen. Himmler hatte nach der Bayerischen schrittweise auch die politischen Polizeien der anderen Länder unter seine Kontrolle gebracht. Im September 1934 erfolgte auf Himmlers Befehl die Anweisung, an die Angehörigen des Gestapo gegenüber den Häftlingen des Kolumbia-Hauses keine, Zitat, Schikanen und unnötigen Quälereien, Zitatende, anzuwenden. Offenbar sah er sich angesichts der vermehrten Beschwerden und Ermittlungen gezwungen, solche Fälle einzudämmen. Diese Entwicklung missfiel Himmler sicherlich, hatte er doch nur wenige Wochen vorher entschieden, das Kolumbia-Haus als Inhaftierungsstätte weiter zu nutzen. Am 18. August 1934 hatte er verfügt, es offiziell in ein Konzentrationslager umzuwandeln. Doch was wusste die Berliner Bevölkerung und die Öffentlichkeit über das Kolumbia-Haus zu dieser Zeit? Das Gefängnis stand am Tempelhofer Feld. Es lag damit nicht in der Berliner Innenstadt, aber in der Nähe einer bewohnten Gegend. Außerdem wurde das Tempelhofer Feld regelmäßig für Großveranstaltungen genutzt. Viele Gefangene, die im Laufe des Jahres 1933 eingeliefert wurden, hatten zunächst keine Ahnung, wohin man sie verschleppt hatte. Ihnen war das Kolumbia-Haus kein Begriff. Häufig ahnten sie, in der Nähe des Tempelhofer Feldes inhaftiert zu sein, da sie den Flugbetrieb des nahegelegenen Flughafens hören konnten. Es ist davon auszugehen, dass sich auch in der Tempelhofer- und Berliner Bevölkerung herumsprach, dass die SS in das ehemalige Militärgefängnis Menschen verschleppte. Trotzdem bemühte sich die Gestapo, die Existenz des Kolumbia-Hauses geheim zu halten. Im Gegensatz zu anderen frühen Konzentrationslagern wurde in der deutschen Presse nicht über das Kolumbia-Haus berichtet. In Kreisen des politischen Widerstands war es dennoch über Mund-zu-Mund-Propaganda früh als Ort des Terrors, als Kolumbia-Hölle bekannt. Über das Kolumbia-Haus gab es außerdem zahlreiche Veröffentlichungen in deutschsprachigen Exilpublikationen und der englischsprachigen Presse. Dort wurde über die Existenz des Kolumbia-Hauses, die dortigen Haftbedingungen und Misshandlungen der Häftlinge berichtet. Ehemalige Gefangene berichteten außerhalb von Deutschland schonungslos über das Kolumbia-Haus. So wie Kurt Hiller. Hiller war Pazifist, Intellektueller und Schriftsteller. Er schrieb unter anderem regelmäßig für die Weltbühne. Er trat zudem für die Abschaffung des Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches und gegen eine Kriminalisierung von Homosexuellen ein. Hiller galt nach nationalsozialistischer Definition als Jude. Er wurde als Schutzhäftling Nummer 231 in das Kolumbia-Haus im Juli 1933 eingeliefert. Nach Entlassung und gelungener Flucht aus Deutschland veröffentlichte er 1934 und 1935 seinen Bericht in der Neuen Weltbühne im Prager Exil. Einen Auszug aus diesem Bericht können Sie auch auf der Website nachlesen. In der englischsprachigen Presse berichtete vor allem der Korrespondent Frederick Vogt des britischen Manchester Guardian in den ersten Jahren aus Berlin regelmäßig und detailliert über den NS-Terror und auch das Kolumbia-Haus. Er hatte ziemlich guten Einblick in die Methoden der Gestapo. Auch gelang es ihm, mit ehemaligen Häftlingen des Kolumbia-Hauses zu sprechen und über die dortigen Bedingungen zu berichten. Heinrich Himmlers Anweisung, das Kolumbia-Haus der Inspektion der Konzentrationslager zu unterstellen, wurde zum Jahreswechsel 1934-1935 umgesetzt. Mit der Umwandlung in ein Konzentrationslager war aber keinesfalls eine grundsätzliche Änderung des Charakters des Kolumbia-Hauses verbunden. Trotz der Umbenennung in Konzentrationslager Kolumbia behielt es weiterhin seine Funktion als zweites Gefängnis des Geheimstaatspolizeiamtes. 1935 war es neben Dachau, Esterwegen, Sachsenburg und Lichtenburg eines der fünf bestehenden KZ. Nun wurde auch die Leitung des neu entstandenen KZ Kolumbia ausgewechselt. Zum neuen Kommandanten ernannte Theodor Eicke den Zahnarzt Dr. Alexander Reiner, der erst einen Monat zuvor zum Kommandanten des KZ Sachsenburg berufen worden war und nun nach Berlin wechselte. Zusätzlich zu den SS-Männern der politischen Bereitschaft aus Ellwang, die nach der Auflösung des KZ Oranienburg nach Berlin kommandiert worden waren, wurden zur Jahreswende 1934-1935 etwa 30 SS-Männer aus Dachau in das Kolumbia-Haus verlegt. Unter ihnen waren mehrere SS-Angehörige, gegen die in Fürth ein Verfahren wegen Landfriedensbruch schwebte und die Himmler offenbar aus der Schusslinie holen wollte. Als der ermittelnde Staatsanwalt die Vorladungen verschickte, wurde ihm mitgeteilt, die Beschuldigten seien unbekannt verzogen. Der Staatsanwalt ließ sich dadurch jedoch nicht von einer Strafverfolgung abbringen und beantragte im Herbst 1935 erfolgreich erneut Haftbefehl gegen acht der zehn verschwundenen SS-Männer. Im März 1936 wurde das Verfahren schließlich auf Hitlers persönlichen Befehl niedergeschlagen. Die Versetzung der bayerischen SS-Männer schürte Unmut unter den bereits im KZ Kolumbia-Haus stationierten, da diese wohl bevorzugt behandelt worden seien. Auch aus anderen Gründen herrschte Unzufriedenheit, so seien auch Löhne nicht pünktlich ausgezahlt worden. Als es im Frühjahr 1935 zur Ermordung zweier homosexueller Häftlinge durch Angehörige der Wachmannschaften kommt, wird Kommandant Reiner zunächst beurlaubt. Zum 20. April 1935 erfolgt die Ablösung durch Karl Koch. Doch stellen wir Karl Koch noch etwas zurück, da sich eben an diesem 20. April eine spektakuläre Flucht aus dem KZ Kolumbia ereignete. Der damals erst 19-jährige Hans Bechle, Angehörige der Wachmannschaft, verhalf an diesem Tag den Schutzhäftlingen Helmut Hausmann und Dieter Wiendick zur Flucht. Gemeinsam entkamen die drei nach Prag. Die Flucht hatte nicht nur deswegen Aufsehen erregt, da ein Wachmann sie ermöglicht hatte, sondern auch, da Bechle nach seiner Ankunft in Prag der arbeiterillustrierten Zeitung ein Interview gegeben hatte. Dort äußerte er sich ausführlich über die Zustände im Kolumbia-Haus. Bechle, 1916 im badischen Offenburg geboren, ohne Schulabschluss und Berufsausbildung, war am 1. November 1933 der SS beigetreten. Nach einem ersten Einsatz im KZ Oranienburg wurde er am 2. August 1934 in das Kolumbia-Haus beordert und war dort als Wachmann und zeitweise für die Verwaltung der SS-Kantine zuständig. Laut den Aussagen, die Bechle nach seiner späteren Festnahme gemacht hatte, war der Plan zur Flucht recht kurz entschlossen entstanden. Bechle war von einem befreundeten SS-Mann angesprochen worden, ob er nicht behilflich sein wolle. Da habe er selbst vorgeschlagen, ein Auto zu mieten und damit zur tschechoslowakischen Grenze zu fahren. Noch am selben Abend habe Bechle einen Wagen bei einer Autovermietung für den 20. und 21. April bestellt. Die Flucht sollte am 20. April erfolgen, da davon auszugehen war, dass anlässlich des Geburtstags von Adolf Hitler und dem darauf folgenden Osterfest der Dienst und die Grenzkontrollen etwas gelockert wären. So erschien Bechle am 20.04. nachmittags, obwohl er bereits Osterurlaub hatte, im Kolumbia-Haus. Karl Koch sollte sich den Wachmannschaften und Gefangenen während eines Appells vorstellen. In der Unterkunft packte er seine Zivilsachen zusammen und brachte sie in das Auto. Gegen 18.30 Uhr traf er die zwei Häftlinge, die er für diese Zeit auf den Hof des Lagers bestellt hatte, und führte sie dort in den Kohlenkeller. Bechle meldete sich daraufhin bei der Wache als beurlaubt ab und verbrachte die folgenden Stunden in einem nahegelegenen Lokal. Dann kehrte er zum Kolumbia-Haus zurück, holte die zwei Häftlinge aus dem Kohlenkeller und verließ mit ihnen das Lager. Die drei fuhren mit dem Auto ins Riesengebirge. Sie überquerten zu Fuß unentdeckt die Grenze und kamen am Abend des 21. April 1935 in Hohenelbe an. In der Tschechoslowakei stellten sie sich den Behörden und wurden vernommen. Hausmann und Wiendick reisten nach Luxemburg. Bechle versuchte in den kommenden Monaten erfolglos, in Frankreich, der Schweiz oder Österreich eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Offenbar verzweifelt stellte er sich am 26. März 1936 im deutschen Konsulat in Lugano. Hier gab er zum ersten Mal eine ausführliche Schilderung der Flucht zu Protokoll. Vom Konsul erhielt er eine Fahrkarte, mit der er nach Basel fuhr. In Lörrach übertrat er die deutsche Grenze, wo er die Beamten davon überzeugen musste, ihn festzunehmen, da er auf keiner Fahndungsliste stand. Bechle wurde 1937 wegen vorsätzlicher Gefangenenbefreiung und Verrats von Staatsgeheimnissen zu vier Jahren Zuchthaus und vier Jahren Ehrverlust verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe im Zuchthaus Brandenburg-Görden wurde er im April 1940 in das KZ Sachsenhausen gebracht. Im Mai 1941 wurde er in das KZ Natzweiler überstellt, wo er bis zu seiner Entlassung Ende Mai 1944 Lagerschreiber war. Doch nun zurück zu Karl Koch, der sich nun in seiner neuen Position mit dieser gelungenen Flucht und die darauf folgende Berichterstattung in der AIZ als neuer Kommandant des KZ Kolumbia konfrontiert sah. Karl Otto Koch, 1897 in Darmstadt geboren, hatte sich nach abgeschlossener Kaufmannslehre 1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Anschließend arbeitete er in seinem erlernten Beruf, bis er 1932 seine Anstellung verlor. Koch, der bereits im Frühjahr 1931 der NSDAP und ein halbes Jahr später der SS beigetreten war, versah nun SS-Dienst. Im KZ-System stieg er schnell auf. Zum 1. Oktober 1934 wurde er Kommandant des KZ Sachsenburg. Nach etwa einem Monat wechselte er nach Isterwegen, anschließend in das KZ Lichtenburg. Zum 1. April 1935 wurde er Adjutant des KZ Dachau. Zum 21. April 1935 wurde er zum neuen Kommandanten des KZ Kolumbia ernannt. Sein Dienstantritt erfolgte, wie bereits erwähnt, einen Tag früher. Seine erste Amtshandlung war der Erlass von deutlich verschärften Schutzhaftbestimmungen im Kolumbia-Haus. Sein Adjutant wurde Hans Mickeleit, hier gemeinsam mit Koch auf einem Foto zu sehen. Diese Fotografie stammt aus dem sogenannten Koch-Album. Koch hatte während seiner Dienstzeit in verschiedensten Konzentrationslagern fotografiert und fotografieren lassen und dies in einem Fotoalbum zusammengestellt und beschriftet. Diese Einblicke in die frühen Konzentrationslager stellen auch für das Kolumbia-Haus heute eine wichtige Quelle dar. Doch gibt es Aufnahmen aus dem Kolumbia-Haus nur aus Sicht der Täter. Die dort dargestellten Häftlinge werden vorgeführt und auch in den Bildern gedemütigt. Unter den Häftlingen des Kolumbia-Hauses waren bekannte Personen wie der sozialdemokratische Politiker Ernst Heilmann, der Rabbiner Leo Beck, die Schriftsteller Kurt Hiller und Armin T. Wegener, der Schlagerdichter Bruno Balz, der Schauspieler und Kabarettist Werner Fink, der spätere Staatsratsvorsitzende und Generalsekretär des ZK der SED Erich Honecker sowie Hans Böckler, ab 1949 erster Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Allein diese acht Namen spiegeln ganz unterschiedliche Haftgründe wider. Männer wie Heilmann, Honecker und Böckler wurden vor allem wegen ihres allgemeinen politischen Engagements vor und nach dem 30. Januar 1933 verfolgt. Armin T. Wegener war im Kolumbia-Haus inhaftiert, da er in einem Brief an Adolf Hitler gegen den Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933 protestiert hatte. Bruno Balz wurde als Homosexueller verfolgt, während Leo Beck eine kritische Predigt nach dem Erlass der sogenannten Nürnberger Gesetze verfasst hatte. Werner Fink hatte als Kabarettist künstlerischen Widerstand geleistet. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, bekannt als Reichstagsbrandverordnung, vom 28. Februar 1933, diente laut ihrer Präambel, ich zitiere, zur Abwehr kommunistischer, staatsgefährdender Gewaltakte. Unter anderem wurde durch diese Verordnung Artikel 114 der Weimarer Verfassung, der die Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit auch der Staatsgewalt gegenüber garantierte. So wurde eine Polizeihaft ohne richterlichen Haftbefehl ermöglicht, die sogenannte Schutzhaft. Diese war zeitlich unbegrenzt und ließ keine rechtsstaatlichen Mittel zu, wie das Recht auf einen Anwalt oder die Möglichkeit, gegen einen Schutzhaftbefehl gerichtlich vorzugehen. Die Schutzhaft war im deutschen Recht nicht unbekannt, wurde aber erst unter den Nationalsozialisten zu einem uneingeschränkten Verfolgungsinstrument. Sie war bis 1945 meist die Grundlage der Einlieferung in ein Konzentrationslager. Die Definition dessen, was laut Reichstagsbrandverordnung als kommunistische Staatsgefährdung galt, wurde in den ersten Jahren des Nationalsozialismus ständig ausgeweitet. Die Gestapo verfolgte damit das Ziel, den Begriff des Gegners nach ihren ideologischen Vorstellungen zu prägen. Auch in der Geschichte des Kolumbia-Hauses spiegelt sich die Ausdehnung des Terrors gegen unterschiedliche Gruppen wieder. In den Jahren 1933 und 1934 waren dort vor allem Männer inhaftiert, die als politische Gegner des Systems galten. Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Intellektuelle. Ab 1935 wurden verstärkt Homosexuelle, Juden, Geistliche, Zeugen Jehovas, mehrfach Vorbestrafte, die sogenannten Berufsverbrecher und als Unangepasst Definierte dort eingeliefert. Das Kolumbia-Haus wird oft vor allem als Ort der Verfolgung von politischen Häftlingen wahrgenommen, doch muss auch seine besondere Rolle hervorgehoben werden, die es in der Verfolgung homosexueller Männer durch die Gestapo bekam. Einer dieser Männer war Kurt Vontheim. 1882 in Berlin geboren und promovierter Rechtsanwalt gab er in seiner Entschädigungsakte an, dass er am 21. Dezember 1935 von der Gestapo festgenommen und über die Prinz-Albrecht-Straße in das KZ Kolumbia gebracht worden war. Ich zitiere. In beiden Gestapo-Gefängnissen wurde ich tagelang, stundenlang Verhören unterzogen. Einmal wollte man von mir Auskünfte über viele Personen haben. Dann warf man mir Devisenvergehen vor und ließ mich drei Tage lang durch Sonderbeamte der Devisenstelle vernehmen. Schließlich warf man mir Vergehen gegen § 175 StGB vor. Ich wurde dann in das Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit in richterliche Untersuchungshaft überführt, und zwar aufgrund eines Geständnisses, das ich erpresst abgelegt hatte, weil ich annahm, nur dadurch noch mein Leben retten zu können. Zitat Ende Vontheim war kein Unbekannter in der Berliner Schwulenszene. In den 1920er Jahren war er als Verteidiger in zahlreichen 175 Verfahren aufgetreten und auch seine eigene Homosexualität war vielen bekannt. Gegen ihn wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren nach § 175 eingeleitet. Das Gerichtsverfahren endete am 11. Juni 1936 schließlich mit dem Freispruch Vontheims. Er wanderte nach seiner Haftentlassung noch im Sommer 1936 in die Schweiz aus und erreichte 1941 die USA. Hier nannte er sich nun Kent Fontaine. Erwähnt sei an dieser Stelle auch, dass Vontheim nach 1945 als verfolgter Homosexueller keinen Anspruch auf Entschädigung für seine erlittene Haft hatte. So wurde sein Antrag auf Schaden an Freiheit abgelehnt. Da die Inhaftierung Vontheims wegen sogenannter widernatürlicher Unzucht erfolgt war, entschied das Entschädigungsamt, dass sein Anspruch, Zitat, sachlich nicht begründet sei. Wie der Historiker Andreas Pretzel detailliert nachgewiesen hat, wurde in Berlin die Gestapo bereits 1935 zum zentralen Akteur der homosexuellen Verfolgung. Zunächst sollten Schwule innerhalb der NS-Organisationen rücksichtslos verfolgt werden. Zu diesem Zweck wurde nach dem 30. Juni 1934 im Geheimstaatspolizeiamt ein Sonderdezernat eingerichtet. Etwa 1.100 Männer wurden bei dieser Säuberungswelle festgenommen. Steigender Erfolgsdruck führte dazu, dass das Dezernat seine Tätigkeit deutlich ausweiterte. So begann die Gestapo Anfang 1935 mit Razzien gegen die Treffpunkte der Berliner Schwulenszene. Bis zur Mitte des Jahres hatte sie bereits 1.000 Männer in Schutzhaft genommen. Die Ausweitung der Verfolgung Homosexueller führte zu einer erneuten Umstrukturierung im Gestapo und so wurde im Mai 1935 ein eigenes homosexuellen Referat geschaffen. Eine Ausweitung des Materiales hat ergeben, dass 1935 mehr Männer wegen des Vorwurfs der Homosexualität denn als politische Häftlinge in das KZ Kolumbia eingeliefert worden sind. Im Kolumbia-Haus waren die Gefangenen grundsätzlich sehr schlechten Haftbedingungen ausgesetzt. Eingewiesen wurden sie fast ausnahmslos über das geheime Staatspolizeiamt, das den Schutzhaftbefehl ausstellte. Bereits mit dem Transport in das Kolumbia-Haus begann für die Häftlinge eine Zeit der Demütigung und Misshandlung. Dort angekommen, wurde ihnen mit der Einlieferung die persönlichen Sachen abgenommen und Nummern zugeteilt. Die Häftlinge waren in kleinen, häufig sehr überbelegten Zellen untergebracht. Sie wurden völlig unzureichend versorgt, auch die hygienischen Zustände waren furchtbar. Manche Häftlinge wurden zu Arbeiten innerhalb des Lagers eingeteilt, doch die meisten verbrachten den tristen Alltag in ihrer Zelle, unterbrochen von einer täglichen Freistunde und regelmäßigen Übergriffen durch die Angehörigen der Wachmannschaften. Den meisten Häftlingen war es möglich, über Briefe und Postkarten Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten. Nachrichten aus der Außenwelt erreichte sie über NS-Zeitungen, deren Bezug viele Insassen beantragen konnten. Trotz der Vereinzelung der Gefangenen gab es Formen von Solidarität und Widerstand im Kolumbia-Haus. Kleine Gesten der Solidarität, aber auch größere Aktionen wie eine weitere Flucht eines Häftlings. Die Bedingungen waren im Grunde die einer Gefängnishaft, am deutlichsten sichtbar durch die bauliche Struktur des Gebäudes, das als Gefängnis errichtet und genutzt worden war und die Unterbringung der Häftlinge in Zellen. In Folge dieser Enge ist davon auszugehen, dass das Verhältnis zwischen Gefangenen und Wachmännern nicht anonym gewesen ist. Der gesamte Alltag im Kolumbia-Haus war von willkürlicher und systematischer Gewalt geprägt. Viele Häftlinge berichteten davon, wie sie von den Angehörigen der SS-Wachmannschaften gedemütigt, misshandelt und gequält worden sind. In vielen Details der Haftbedingungen im Kolumbia-Haus zeigen sich insgesamt deutliche Kontinuitäten zu den späteren Konzentrationslagern. Hier wurde manches erprobt, das sich später durchsetzen sollte. Zur Anwendung von Gewalt und Terror durch die SS gehörten Prozeduren wie Initiationsrituale, militärischer Drill, meist verbunden mit sogenanntem Sport, oder auch nächtliche Überfälle auf die Gefangenen. All das gab es auch in den späteren Konzentrationslagern. Für viele Gefangene war die Haft im Kolumbia-Haus der Beginn einer Odyssee durch das nationalsozialistische Lagersystem. Bis März 1935 waren die etwa 55 bis 60 SS-Angehörigen, die zur Bewachung eingeteilt waren, noch im Wohngebäude des Kolumbia-Hauses untergebracht. Dies änderte sich mit der Aufstellung der SS-Wachtruppe Oranienburg-Kolumbia zum 1. April 1935. Diese Wachtruppe, kurze Zeit später in SS-Wachverbund 5 Brandenburg umbenannt, war im ehemaligen Schloss Oranienburg bei Berlin untergebracht und leistete nun Schichtdienst im Kolumbia-Haus. Ende Mai 1935 gehörten ihr bereits 273 SS-Männer und 64 Anwärter an. Im Wohntrakt verblieben nur die Angehörigen der Kommandantur. Der Wachverband Brandenburg bestand aus drei Hundertschaften, von denen jeweils zwei im Oranienburger Schloss verblieben, während die dritte im Wechseldienst im Kolumbia-Haus leistete. Am 29. November 1935 wurde der 19-jährige jüdische Trotzkist Hans-Isaac Berger, ich erwähnte ihn vorhin schon einmal, mit der Häftlingsnummer 6267 in das KZ Kolumbia eingeliefert. Wir sehen hier den Begleitschein, der am 7. Dezember ausgestellt worden war. Hans Berger wurde von einem Verhör im Geheimstaatspolizeiamt zurück in das KZ Kolumbia überstellt. Auf diesem Transportschein ist übrigens auch, wenn auch falsch geschrieben, der Name Erich Honecker verzeichnet. Auch zu den Umständen von Honeckers Haft finden Sie weitere Informationen auf der Website. Hans Berger war als drittes von vier Kindern einer aus dem polnischen Galizien stammenden jüdisch-orthodoxen Familie, 1916 in Berlin geboren worden. Die Familie lebte in Berlin-Kreuzberg in einer Kellerwohnung. Über zionistische Jugendgruppen politisierte sich Berger und trat 1932 einer trotzkistischen Gruppe bei. Im Herbst 1935 meldete er sich freiwillig, als ein Kurier gesucht wurde, der illegales Material von Berlin nach Hamburg bringen sollte. Am 2. November 1935 wurde Hans Berger in Hamburg von der Gestapo festgenommen und nach Berlin überführt. Er wurde schließlich am 28. April 1937 wegen Vorbereitung zum Hochverrat unter erschwerenden Umständen zu einer Zuchthausstrafe von acht Jahren verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es zu Berger, der polnischer Staatsbürger war. Ich zitiere, als Jude und Ausländer hatte der Angeklagte keinerlei Veranlassung, sich in innenpolitische Angelegenheiten Deutschlands einzumischen. Er hat daher das ihm gewährte Gastrecht gröblichst missbraucht. Zitat Ende. Noch am Tag der Urteilsverkündung wurde Berger in das Zuchthaus Brandenburg-Görden überstellt. Am 11. Februar 1942 erfolgte die Überstellung in das Gefängnis Sonnenburg. Zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Auschwitz deportiert, starb er dort am 18. Februar 1943. Seine Schwester Hildeberger konnte ihn 1939 noch einmal besuchen. Ich zitiere. Zitat Ende. Die SS-Wachverbände wurden auf Weisung Heinrich Himmlers zum 29. März 1936 in SS-Totenkopfverbände umbenannt. Der SS-Totenkopfverband Brandenburg, mit dem die SS-Führung sehr zufrieden war, wurde während des Jahres 1936 weiter ausgebaut. Anfang des Jahres auf 420 Mann verstärkt, bestand er im Oktober 1936 kurz vor der Auflösung des KZ Kolumbia aus 531 Mann. Der Kommandant Karl Koch wurde Anfang April 1936 von Heinrich Däubel abgelöst, dem letzten Kommandanten des KZ Kolumbia. Däubel, 1890 in Niederbayern geboren, war ein alter Kämpfer. Bereits 1925 in die Partei und 1926 in die SS eingetreten, wo er schnell Karriere machte. Däubel, der sich für seine hauptamtliche SS-Tätigkeit vom Zollamt hatte befreien lassen, war jedoch nach Theodor Eikes Ansicht, Zitat, als Lagerkommandant völlig ungeeignet. Er wurde zum 22. September 1936 beurlaubt. Anschließend wurde kein neuer Kommandant mehr ernannt. Sein Adjutant Max Kögel übernahm die Vertretung. Am 16. November 1936 wurde in einem Fernschreiben das Ende des Gestapo-Gefängnisses und Konzentrationslagers besiegelt. Zitat, Das Konzentrationslager Kolumbia in Berlin-Tempelhof ist mit dem 5. November 1936 aufgelöst worden. Die Schließung des KZ Kolumbia war im Wesentlichen auf den geplanten Neubau des Flughafens Tempelhof zurückzuführen. Das Gebäude der ehemaligen Militärarrestanstalt wurde 1938 abgerissen. Mit der Umstrukturierung und Ausweitung des KZ-Systems ging die Schließung kleinerer Lager wie der Sachsenburg, Esterwegen, Lichtenburg und Bad Sulze einher. Sachsenhausen in Oranienburg diente als Nachfolgelager für das Kolumbia-Haus und Esterwegen. Sachsenhausen war das erste der Konzentrationslager neun Typs, die neben dem weiterhin bestehenden und deutlich erweiterten KZ Dachau in den folgenden drei Jahren errichtet wurden, so etwa Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen und das Frauen-KZ Ravensbrück. Nun bin ich am Ende der dreijährigen Geschichte des Kolumbia-Hauses angekommen und nähere mich nun auch dem Ende meines Vortrags. Nach 1945 war, auch das hat Herr Tuchel in den Einführen schon gesagt, das Kolumbia-Haus in der Öffentlichkeit weitestgehend vergessen. Dies lag an vielen Gründen. Zum einen existierte kein mahnender Ort mehr, da das Gebäude 1938 abgerissen worden war. Viele der dort inhaftierten Kommunisten, sofern sie überlebt hatten, lebten nun in der DDR. Auch das mag eine Rolle gespielt haben. Wie wäre man, hypothetisch gefragt, im Ostteil der Stadt mit einem ehemaligen KZ umgegangen, in dem so viele bekannte kommunistische Widerstandskämpfer inhaftiert waren? Nicht zuletzt wird auch eine Rolle gespielt haben, dass es noch Jahrzehnte bis zur Abschaffung des Paragraf 175 dauern sollte und auch endlich die Verfolgung homosexueller Männer anerkannt wurde und sie begannen darüber zu sprechen. Auch die positive Besetzung des Flughafens Tempelhof durch die Luftbrücke von 1948 hat das Bild dieses Ortes überformt. Seit 1994 erinnert, wie erwähnt, ein Denkmal an das Kolumbia-Haus. Die Schließung des Flughafens Tempelhof sowie die öffentliche Auseinandersetzung über die Nutzung des Tempelhofer Feldes hat auch die Debatte über ein angemessenes Gedenken angefacht. Leider wissen auch heute viele Berlinerinnen und Berliner nicht, dass es mit dem Kolumbia-Haus ein Konzentrationslager in der Hauptstadt gegeben hat. Doch durch zahlreiche Initiativen, die auf ein Gedenken drängen, sowie die Forschung der vergangenen 30 bis 40 Jahre, kommt das Kolumbia-Haus aus der Vergessenheit. Auch dieser Vortrag und die heute präsentierte Website möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass das Kolumbia-Haus in die Erinnerung der Stadt Einzug hält und zum festen Bestandteil der Geschichtserzählung Berlins im 20. Jahrhundert wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.